das müsste eigentlich ein guter treffer werden war zu hoch ja war viel zu hoch deshalb nicht zwischen turm und wanne sondern ruhig ein bisschen so rückstationen bei mir frei ist auch zu hoch komisch ich finde mich bisschen tiefer frei jetzt ist er ja nur 200 meter weg war alter was für eine krasse exklusiv okay nur das kleine POSITIVE Ich bin hinten am Laster, haben wir nicht noch irgendwo ein anderes Ziel, Alter? Da hinten ist noch irgendwas Ja, das ist aber unser eigener Ah ne, der nicht, stimmt Der links ist unser eigener Was würdest du sagen, 100 Meter oder was? Ok, probier mal aus Rückstallzone ist Bei Ne, bei dir meine ich jetzt Perfekter Treffer, glaub ich Müsste eigentlich hochgehen Also 100 Meter, wa? Jo Irgendwie will der nicht hochgehen, wa? Ja Probier mal noch mal den da ich glaube das war die normale effektiv ja 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 ungefähr ich glaube nicht ja 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 Oh, der Taka ist das hier, oder? Ja. 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 Bisschen zu weit. Ja. Wo sind die anderen? Ja, da drüben sind zum Beispiel welche. Schütze. ich habe voll Bock mit dem T90 auf den zu schießen ich habe keine Zeit zu schießen ich habe einen Sechrauben Genaue Treffer auf den Turm. Oh, der war viel zu kurz, der Mann. Echt? Habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe noch eine dabei. Ja, das stimmt. Ist genau 300. Das wusste ich gar nicht, dass man die einstellen kann. 500 Meter. Javelin hat keine Sucheinrichtung. Suchvorrichtung. Nee, die liegen noch irgendwo rum. Endlich brennt das Scheißteil halt, ha? Ja. Ja, Mann. Wovon du träumst, mache ich einfach. Ja. Bei dir ist frei. Ah. Okay. Was schießt ihr? Das war zu hoch. Wir schießen auf diese brennende Tonne da. Okay. Wie weit ist die entfernt? Drei. Da ist noch ein schweres Ziel, sehr schwer teilgedeckt, fast schon auf 40 Grad. Oder ist das nur der Scheißbaum? Nee, doch. Der ist... Teilgedeckt. Äh, wie weit ist der? Ich probier mal mit 400. Ist frei bei mir. Ja. Jetzt. Was ist hier? Panzerfaust schießen? Da will man mit dem T90 schießen? Die ganze Erde wackelt, Alter. Ist Rückstandsrunde frei? Ah, ich bin mir auch. War zu tief, oder was? Ich bin mir Rückstandsrunde da. Ach, ne, komm, ne? Sau. Ich bin mir frei. Ist frei. Vielleicht brennt der Wald ja, Nick. Ist das nicht frei? Frei. Ja. Frei. Ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Das war perfekte Sache. Oh, nein. Ja, Simon, danach kurz Zeit? Jetzt Zeit, ja. Ah, jetzt. Natürlich. Danke. Danke. Ave Maria. Ja. Los, Janik. Los, 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 Los. Was ist das so n'n Tag? Das Ding hat keine. Fast keine. Sie ist los. Nee, jetzt entlang, ich dachte, du warst nicht. Ja, ich bin nicht schön. Ja, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Wer war es da? Der Nick? Moment. Ich habe einen EP. Gib mir mal... Ich muss mich selbst verbinden. Hast du noch eine Suchvorrichtung gefunden, oder was? Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe unter F geguckt. Da ist ein Ziel auf... ...90... ...95 Grad. Nein, 93 Grad. Positiv. Der rechte ist aktiv. Ja. Ja, Mann. Ist der standardmäßig auf Direct? Nein, ne? Nee, auf Top. Auf Top ist der, ne? Der standardmäßig auf Top. Mit Tab schalzen um. Ja, Mann. Wo sind die? 29. Hallöchen. Moin. Ja, den kannst du ja nicht einloggen, ne? Das Team hat motiviert, mir den Einsatzserver zu begutachten. Ja. Hör auf. Hör auf. Wie bitte? Hör auf. Alter Leber. Wegen dir muss ich mir gleich noch ein schönes Stück Fleisch kaufen. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht oder Abend da bin, aber jetzt will ich einmal spielen. Ja, um 20 Minuten. Ja, um 20 Minuten. Jetzt. Weißt du nicht, was jetzt heißt. Nicht in... 59 Minuten. Kann man damit scannen? Kannst du damit Entfernung rausfinden? Was macht der gerade? Was macht der gerade? Ne, mit deiner Suche... Mit deiner Suche... Kann man nicht, ne? Äh... Alter, wo landet die Granate denn? Ah, ok, nicht weit genug. Hallo? Jetzt aber, come on, bitch. Ne. Ach, das geht auch. Perfekt. Also, ich muss mal öfter die Pfeil-Tasten drücken. Jetzt habe ich auch 400, das ist Maximum. Ich glaube, der Wind treibt ihn nach links, kann das sein? Ne, der Wind kommt von links. Drei Einschläge. Ich glaube, das ist keine 500 weg, oder? Ich glaube, das ist keine 500 weg, oder? Das ist keine 500 Meter. Ihr Schweine. Ich bin kaputt. Ich beim Heli. Ja, ja. Ok, tut mir leid, Crossy. Der Tower muss weg. Der Tower muss weg. Der Tower muss weg. Nicht frei, nicht frei, nicht frei. Rückstallzone frei. Man auch? Ja. Man ist besser. Oh, nee, zu weit. Aber knapp. Jopp, klar. Jetzt, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Ah. Einen Junge. Ja, wir sind halt kleine Tiere, wie wir ja streffen sowas halt. Ich bin ausgebildet mit sowas. Pfff. 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 Alter, was war das? Jannik hat sich selber weggefickt. Der miese Penner.